Willkommen im Händen Inn. Haben Sie reserviert? Nein. Ist in Ihrer Tasche ein Hund? Nein. Gegen eine Kaution für die Reinigung sind kleinere Haustiere erlaubt. Gut, ich hab nämlich einen kleinen Hund. In meinem Wagen. Was machst du hier in Mercury? Bist du wieder hergezogen? Natürlich nicht. Psychotische Abschlussballschlampe. Fakt ist, Buddy Slade und ich sind füreinander bestimmt und ich bin hier, um ihn mir zurückzuholen. Soviel ich weiß, ist er verheiratet und ein Kind ist unterwegs. Nein, ist schon da. Ich seh das ganz locker. Jeder schnippt was mit sich rum. Ich an deiner Stelle wird das schön für mich behalten und mir einen Therapeuten suchen. Sein Baby ist einfach entzündet. Hast du's gesehen? Von nahen? Und Ex? Weißt du was? Oh mein Gott. Du bist wirklich ein Mist. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich geh auf ein Rockkonzert mit meiner alten Flamme. Zeigen Sie ihm, was ihm entgangen ist. Er hat mich plötzlich gesehen, er weiß es. Aber seine Frau hat mich lange nicht mehr gesehen, also... Du gehst mit mir in die Großstadt, wie wir es immer geplant hatten. Mavis, ich bin ein verheirateter Mann. Ich weiß, aber gemeinsam werden wir das lösen. Ich bin ein verheirateter Mann.